Ich weiß nicht, wo die Champions sind. Oh, man muss das einloggen mittlerweile. Ich denke, ich spiel einfach wieder Eevee. Ewig nicht gespielt. Ich spiel den gegen, logischerweise. Ist klar, ne? Ich meine, dafür spiel ich doch das Spiel. Oh, Max! Was ist hier los? Ja, es gibt jetzt solche Posen, die Sounds abspielen, wenn man... Oh, ne, jemand hat einen Boost aktiviert und es kamen einfach Geräusche. Ich fühl mich schlecht. Es ist halt ein Free-to-Play-Riech. Es ist einfach... Es erinnert mich an so ein Japaner Free-to-Play. Schau den roten Skin. Ich weiß gar nicht, was das Meta ist, aber keine Ahnung. Ja, anscheinend kein Tank. Und... Zwei Flanks. Ich glaube, ich glaube das. Du meinst, ich hätte eher Damage gehen sollen oder irgendwas? Anstatt hier. Ne, ich hab das Gefühl, es ist wie immer. Niemand will Tank spielen. Ach, das ist... Ach, das ist so bunt! Keine Augen! Es tut ein bisschen weh. Es tut... Es ist wie so... Seit dem Jahr 2000, wo auch einfach alles bunt und übertrieben ist. Aber ich muss sagen, es ist nichts mehr animiert, außer die Avatar... Moment, ne. Ich hab... Ich versprochen, die... Irgendwelche Banner bewegen sich trotzdem. Ja. Ja, von dem Tiger zum Beispiel. Tiger bewegt sich? Ja, ja, der... Der wörchtet so ganz leicht. Also nicht der Banner, sondern der Rahmen. Okay, aber das... Das geht. Das ist... Ne, da hab ich schon Schlimmere gesehen. Genau. Ich glaub, die haben etwas zurück... Die Banner gemacht. Ich find's auch gut, wie wir in der Lobby sind, mit einem, der Level 101 ist... Und mit einem, der ist Level 10. Oder ne, Level 2 sogar. So, was ist denn jetzt mein Talent? Ah, das geht ja auch. Ähm... Oh, warte... Ich hab keine Ahnung mehr, was ich hier mache. Ich hab auch keine Ahnung, ich kann... Achso... Man kauft doch noch irgendwie Sachen, oder? Was kauft man denn mit Ihnen? Ich hab schon vergessen. Wo? Oder das? Ne? Ne? Ich nehme jetzt das hier. Na... Und das hier? Ich nehme Kittu Ihnen. Leife und Kauter weiß, oder? Was hat man immer geholt? Ja, man kann mehrere kaufen. Das ist cool. Also, die haben die Preise runtergemacht. 5... Oder was? Habe ich mir jetzt gehört. 3... 2... 1... Und überhaupt nicht hier? Damit die Leute wieder Cauterize... Aha... Ist ja ungewohnt. WTF, warte, wie ist die Map? Ach, die Map spielt. Ah! Ah! Gott, überall sind Geräusche. Die haben wir aufs Blood. Die haben wir aufs Blood. Die haben wir aufs Blood. Oh! Ich habe es noch nicht. Ich habe einfach weiter, okay? Ich habe einfach weiter, okay? Oh, so gut. Jetzt haben sie mich getötet. Oh, sehr gut. Jetzt haben sie mich getötet. Aber wir haben was gecapt, was wir glauben müssen. Gut. Ach stimmt, ich habe auch noch einen Teleport. er hat irgendwie zwei lebensbalken der typ ich meine das ist ein bisschen viel ich kann auch kaufen kann hatten dass ich kaufen soll er ist ja gemeint der typ den mag ich nie oh hast du mich gehealt ne ah 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 quasi gestorben sorry oh die haben ja das sag das doch einfach ne ich wollte es drücken aber die haben es geändert die das ist einfach sagen hier drinnen ich finde ich Waaahhh Nice healing Ich sag, ich hab ja ne Ulti, ja, ich vergesse mal nachzuladen, ich vergesse auch, dass ich mich teleportieren kann. Ich glaube, ich habe meinen Teleport eh auf der falschen Taste, oder? Ich glaube, ich habe, ah! Ja, habe ich nicht. Kann ich denn hier nochmal rausgehen? Oh, der hat irgendwas gemacht. Achtung, Bumbo. Ich muss durch? Ich habe richtig low gerade. Oh, ich probiere das. Yay! Ja, easy! Ja, der Tank von denen ist halt die ganze Zeit gestorben. V. Shatter. Schlierer. Oh Gott! Du bist die humanen Pajama. Wir haben alle nebenbeirten. Kein Problem. Danke. Du bist die awesome Seite. Ha! Die Punkte spawningen in 15 Sekunden. Nicht durch was ich gestorben bin, wusste ich meinen, meine, ja, meine Sterbübersicht. 5, 4, 3, 2, 1. Da holen sich alle Nimbel im Gegner-Team. Ja, ich weiß auch nicht, was das war. Ist das jetzt ein Meter? Ne, wahrscheinlich, weil die die ganze Zeit sterben und denken, sie müssten wegrennen. Oder so. Oh Gott! Hau! 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 Ich bin zu schlecht. Mittags. Enttelge ich so schwer. Ach. Oh ja, haltet aber gut aus! Oh, sehr gut! Okay, das war ein bisschen gewasted, aber... Ich hätte mich doch auf den Eisplatz setzen müssen. Ah! Kriegen sie es? Nee, kriegen sie es nicht. Wir haben es. Wir haben es? Krasser Scheiß! Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob ich mir... Ich blase hier so, oder? Ich kann... Ah! Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Ist das irgendwie... Was? Ja, danke, danke! Ah! 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 Es funktioniert! Ah! oh ich liebe das wenn ich fünf schüsse hintereinander auf denselben treffe dann kriegt er noch mal extra schaden das ist so eine geile also fünf tics ich muss bloß den strahl auf den leuten halten deswegen stirbt der tank immer so schnell außerdem also tank ich weiß nicht ob das ein tank ist ein paar kinder mehr ich lebe hinter uns ist geil ja okay wir haben es immer wir sind auch einfach gut das ist ja nachher nichts auf jeden fall ja wir haben aber damals aufgehört weil wir zu gut wurden